Hey zusammen, ich bin Finn, ich bin im dritten Lehrjahr. Ich bin Tarschala und bin im ersten Lehrjahr. Mein Name ist Nina und ich bin im dritten Lehrjahr. Ich bin Janaya, ich bin im ersten Lehrjahr und heute zeige mir noch einen kleinen Einblick für unseren Arbeitsalltag im Entschede. Unsere drei Haupttätigkeiten sind Verkaufen, den Laden gestalten und die Warenlogistik. Der Verkauf ist mit Abstand am wichtigsten. Kundschaft mit dem richtigen Produkt glücklich machen, ist unser persönliches Highlight. Speziell bei uns im Entschede in Zürich ist, wir verkaufen viele Einzelstücke und Lernende selbstständig in ihrer eigenen Filiale arbeiten dürfen. Was du ganz klar mitbringen musst, ist Offenheit, Kontaktfreude, Modebewusstsein und Geschmack für Trends. Das war jetzt ein kleiner Einblick in unseren Arbeitsalltag. Wenn es euch gefallen hat, bewerben wir euch doch noch heute. Das war jetzt ein kleiner Einblick in unseren Arbeitsalltag. Wenn es euch gefallen hat, bewerben wir euch doch noch heute. Ableien!